Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich Willkommen hier am Montag, dem 7.12.2020. Es ist 18 Uhr und heute kommt eine Spezialfolge raus, hier im Geek Talk Daily Podcast. Der Grund ist einfacher, denn heute, und deshalb auch erst um 18 Uhr, kam Stadia, Googles Spiele-Dienst, auch in die Schweiz, Klammer auf, und nach Österreich. Bis anhin war es nur in den USA, in England, ein paar weiteren Länder und seit dem letzten Jahr irgendwie, glaube ich, auch dann schlussendlich noch in Deutschland gestartet. Aber bei uns in Schweiz und Österreich gab es wie so vieles von Google leider nicht. Jetzt ist es endlich da. Was genau ist Google Stadia? Das ist im Unterschied zum Beispiel zu Game Pass, wo ihr einen Betrag X ausgibt und dann eine Anzahl Spiele pro Monat habt oder das Gleiche in fast ähnlich, glaube ich, bei PlayStation auch. Ein Dienst, den ihr zum einen kostenlos oder auch kostenpflichtig nutzen könnt, um euch mit dem Spiel zu verknüpfen, das ihr euch gekauft habt und schlussendlich dann gegeneinander mit anderen Leuten direkt gestreamt auf YouTube etc. spielen könnt. Da komme ich noch genau darauf zu, wie das funktioniert. Wo und wie kann gespielt werden? Auch dazu auf daily.geektalk.ch habe ich einen separaten Artikel verfasst, wo man das Ganze spielen kann und wie man das Ganze spielen kann. In kurz gesagt, ihr könnt es direkt am Browser spielen mit der Tassatur, dem Xbox-Controller, dem Sony-Playstation-Controller, das ist eine Dualshock-Geschichte. Oder wenn ihr einen Windows-Rechner habt, mit dem Nintendo Switch-Controller und natürlich auch mit dem von Stadia. Direkt aber nur über den Chrome-Browser ab Version 75 funktioniert das. Es funktioniert direkt am Fernseher, sofern ihr dann einen Chromecast Ultra habt. Da komme ich nachher noch dazu, wie ihr zu dem kommt, denn grundsätzlich ist dieser ja eigentlich ausverkauft. Dann haben wir auch die Möglichkeit, es auf dem Smartphone zu spielen, bei Google Pixel. Logischerweise hat das Ganze begonnen. Auch da könnt ihr das Ganze mit dem Xbox-Controller oder Sony oder eben dem von Stadia spielen. Mittlerweile sind aber auch Smartphone-Hersteller oder Smartphone-Modelle von Asus, von LG mit dazugekommen, von OnePlus. Razer hat zwei Modelle und auch Samsung hat gewisse Geräte, worauf das Ganze sich spielen lässt. Somit wisst ihr schon mal, wie ihr das spielen könnt. Das ist auch das, was Stadia ausmachen soll. Man soll es überall, wo ein Browser, also ein Zugang ins Internet gegeben ist, spielen können. Ganz einfach, ohne eine grosse Spielekonsole, die man für mehrere hundert Währungseinheiten kauft. Mit dem bekannten Xbox oder Playstation oder eben auch Nintendo-Controller kann man das spielen oder auch dem Google eigenen. Dann gibt es zwei unterschiedliche Abos in dem Sinne. Das eine ist das Stadia, das ist kostenlos. Da gibt es keine Spiele mit dazu. Da kauft man sich dann die Spiele zum vollen Preis und bindet sie in sein Google Stadia ein. Aktuell ist es aber so, dass es zwei Spiele dennoch kostenlos mit dazu gibt. Ganz neu ist es Super Bomberman R und Destiny 2, welche eben auch kostenlos gespielt werden kann, wenn man nichts bezahlt. Und dann gibt es das Stadia Pro. Das Ganze ist ab 11 Franken pro Monat zu haben. Ganz wichtig, der erste Monat wird euch geschenkt. Also ihr könnt euch das mal einen ganzen Monat in Ruhe anschauen und die ganzen Spiele testen. Aktuell sind es so circa 32 Spiele, die da im Umfang mit dabei sind, die man sich kostenlos runterladen kann. Also eben nicht runterladen, weil man spielt es aus der Cloud somit. Und das ist der grosse Vorteil von Stadia. Bleibt auch das mit den Updates einspielen und diese ganzen Geschichten der Vergangenheit an, weil man die Spiele direkt aus der Cloud heraus, wo die Spiele schon immer das neueste Update eingespielt haben. Pro Monat kommen circa zwei neue Spiele dazu. Zwischendurch fallen auch mal welche raus. Deshalb einen kleinen Tipp und auch dazu einen Link. Sichert euch die Spiele, wie das Ganze gelingt. daily.geekdog.ch und oder in den Shownotes vom Podcatcher euer Vertrauens. Da habt ihr einen Link drin, wo ich das ein bisschen beschrieben habe. Zusätzlich, neben den ganzen Spielen, die eben kostenlos mit dabei sind, wenn man die monatliche Fee bezahlt, kommen auch noch Angebote, speziell für Stadia Pro Nutzer, wo ihr gewisse Spiele deutlich und gewisse Spiele ein bisschen vergünstigt kaufen könnt und die dann somit auch besitzt. Zumindest in digitaler Form. Zum Start, wenn ihr das Ganze, wenn ihr keinen Xbox-Controller habt, der kompatibel ist, keinen von Nintendo und Kombination mit dem Windows-Gerät und oder keinen von aus dem Hause Playstation, dann solltet ihr euch mal die Stadia Premiere Edition anschauen. Das ist ein Bundle, was ihr euch kaufen könnt. Der Controller von Google, also der Stadia-Controller plus ein Chromecast Ultra. Das ist aktuell der einzige Chromecast, welcher kompatibel ist, welchen es so aber offiziell nicht im Handel zu kaufen gibt. Das ist aktuell der einzige Chromecast, auf dem man das Ganze spielen kann, als am grossen Fernseher oder am Beamer eurer Wahl, den es aber offiziell nicht mehr im Handel zu kaufen gibt und deshalb ist dir das Bundle sicherlich interessant. Das Bundle zusammen kostet euch übrigens 119,99 in Schweizer Franken. Den Euro-Preis habe ich gerade nicht im Kopf. Auch habe ich euch verlinkt in den Shownotes und im Podcast die Liste der aktuellen Spiele, die es überhaupt zu spielen gibt über Stadia und welche das noch kommen werden. Da kann man gerne mal ein bisschen reinschauen, ein bisschen stöbern. Ein Update für den kürzlich vorgestellten, dazu werde ich auch das Video mit einbinden und den kleinen Vortestbericht zum Google Chromecast mit Google TV. Der soll im Jahre 2021 dazukommen und dann auch kompatibel werden. Komisch, dass der das nicht schon ist. Aber ja, Updates und Google ist halt so eine Geschichte und auch gewisse Android-TVs sollten zukünftig dann ein Update bekommen, womit man es dann direkt auf dem Fernseher spielen kann. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr gespannt. In den nächsten Stunden und oder Tagen werdet ihr auch einen Blogpost auf dem pokipsi.ch-Blog finden, wo ich euch das ein oder andere Spiele-Empfehlung rausgeben werde. Ich habe mir die ganzen kostenlosen Titel schon mal gesichert und ein bisschen reingespielt, habe davon und auch noch ein paar andere rausgesucht und euch da mal einen Link dazu reingepackt. Auch kommt nächstens ein Video online von meinem ersten Hands-On-Unboxing, wie ihr es halt kennt, auf dem Pokipsi Network YouTube-Channel dann zu finden. Somit, wer jetzt Lust bekommen hat und wie gesagt den ein oder anderen Controller hat, der kompatibel ist, der soll doch gleich mal auf stadia.google.com gehen. wichtig in einem Chrome-Browser leider nur und da das Ganze installieren, sprich sich ein Konto anlegen, wie gesagt, einen Monat habt ihr kostenlos und ihr könnt darauf los spielen. Es geht übrigens auch am Smartphone zum Beispiel, an den vorher genannten, wenn ihr das Ganze über Touch spielt, also nicht nur über den Controller, sondern auch über Touch. Logischerweise geht es besser mit dem Controller, somit wenn ihr einen habt oder euch dann kaufen möchtet, macht das definitiv mehr Sinn, würde ich doch behaupten. Das war's mit der heutigen Sonderfolge hier im Geek Talk Daily. Ich hoffe, ihr habt viel Spass beim Spielen, bin auch gespannt, wie ihr diese Folge gefunden habt. Lasst es mich doch kurz wissen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.